Schön, dass du wieder dabei bist. Heute gibt es pikant glasierte Buttermöhrchen. Ich mache sie gerne als Beilage zu meinem Schweinebraten. Sie passt aber auch perfekt zu allem Kurzgebratenen. Als erstes werden Möhren schräg in Scheiben geschnitten. Die sollten alle ungefähr gleichmäßig dick sein, damit sie hinterher den gleichen Garpunkt erreichen. Wenn du keine neuen Rezepte verpassen möchtest, abonniere doch den Kanal und aktiviere die Glocke. Jetzt wird eine Chilischote längs aufgeschnitten und von den Kernen und Trennwänden befreit. Da sitzt die meiste Schärfe drin, aber die Möhren sollen ja nur eine dezente Schärfe bekommen. Die Chilischote wird jetzt in ganz feine Ringe geschnitten und eine Knoblauchzehe geschält und ganz fein gehackt. In einem Topf 150 Gramm Butter aufschäumen, die Chiliringe dazugeben und kurz anschwitzen lassen. Dann kommt ein gut gehäufter Teelöffel Zucker dazu. Ich nehme am liebsten Rohrzucker. Durch den Zucker in der Butter bekommen die Möhren eine leichte Karamellnote. Alles ein wenig salzen, gut verrühren und dann kommen die Möhrenscheiben in den Topf. Gut umrühren, damit alle Möhrenscheiben etwas von der Butter abbekommen. Jetzt auf ganz kleine Flamme zurückschalten, einen Deckel aufsetzen und 15 bis 20 Minuten garen. Die Möhren sollten noch etwas Biss haben. Dann kommt der gehackte Knoblauch dazu, wird noch kurz mitgeröstet und in der Zwischenzeit hacke ich etwas Petersilie. Mit einer Schaumkelle nehme ich dann die Möhren aus dem Topf, gebe sie in eine Schüssel und streue die frisch gehackte Petersilie darüber. Wenn du magst, kannst du auch etwas von dem gehackten Petersiliengrün dazutun. Wie immer findest du die Zutaten in der Videobeschreibung. Jetzt nur noch anrichten und genießen. Guten Appetit!